Hi, Freunde. Hi. Schon einfach. Wieso finde ich das gerade so cringe, Alter? Jedenfalls, Leute, drehe ich jetzt ein YouTube-Video, wie ich meine TikTok-Videos mache. Also, wenn ihr wissen wollt, wie man 10 Millionen Aufrufe bekommt, Spaß bekomme ich nicht. Egal, da bleibt trotzdem dran. Leute, ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen, wie ich meine Videos vorbereite. Also, was ich mache, bevor ich sie mache. Hä? Was soll ich meine Maulung halten? Also, ich plane meine Videos so, ich fange an mit einem Skript, dann das Aufnehmen, dann das Schneiden. Das ist jetzt so cringe, Alter. Jedenfalls, ich kenne kein Deutsch. Dafür gehe ich halt ganz normal in meinen Notizen, auf mein Handy und brauche ich jetzt erstmal eine Idee. Okay, Leute, wir fangen jetzt einfach mit dem Skript an. Und ja. Also, ich habe mir überlegt, so etwas Witziges, zu machen. Ähm. Ich bin so ideenlos. Ich habe hier ein paar Süßigkeiten, Leute. Und die sind so schön bunt. Und da kann ich ja so sagen, so dieses Bonbon, ähm, wenn ich das esse, dann habe ich irgendeine Superkraft. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ja, wir schreiben jetzt unser Skript, Leute. Und das esse ich ja mal. Ich spinne euch jetzt hier das ein, was ich hier eintippe, damit ihr auch so sieht, was ich mache. Guckt einfach zu, okay? Das war jetzt so ein Clip. Also eine Szene. Und jetzt kommen die nächsten. Nicht gelben, Alter. Mein Deutsch. Gelbes. Ähm. Zwischen was kann ich wählen? Ich würde mal sagen, ich stimme jetzt Gedanken lesen und Geld schenken, weil wir lieben alle Geld. Hä? Ich muss aufhören damit. Geld schenken. Hätte ich sowieso. Sende mir 20 Euro. Nur 20. Ja, mach halt mehr. Könnte halt sowas von mir kommen, ne? Ist halt so klar. Corona. Und jetzt baue ich noch mal sowas ein. Leute, macht das Plus weg, damit ich Follower kriege. Follower, Follower, Follower. Mein Gott, das sagt man nicht posten, oder? Doch, egal. Jedenfalls sag ich so, ähm, äh, ich schenke jeden 10 Euro, der das Plus weg macht, oder so. Ne? Kann man ja halt machen. Und das war's jetzt mit dem Skript. Jetzt kommen wir zum Filmen. Leute, nicht wundern, warum ihr jetzt da oben seid. Ich nehm hiermit jetzt mein, äh, Video auf. Und ich hab mir jetzt mein Skript auf mein iPad geschickt. Und das mach ich jetzt in meiner Kamera. Deswegen cringet euch nicht an. Es wird am Anfang mal ein bisschen cringy. Okay, oh mein Gott, sorry. Vor allem ist das halt null die magische Tüte so. Oh mein Gott. Ja, aber das sind halt meine Videos, gell? Qualität? Nein. Und fragt euch nicht, warum, Leute, es sind gerade Gäste gekommen, die haben alle so geklingelt. Und ich hab so neins bis zu Videos drehen. Was ist das für eine magische Tüte? Soll ich? Cramt. Spaß, sagt euch, ich liebe meine Videos. Gedanken lesen und Geld schenken. Nee, andersrum. Okay, ich nehm ein blaues und ein gelbes. Gedanken lesen oder Geld schenken? Das hätt ich sowieso. Oh, schmecken die gut. Oh mein Gott, wie funktioniert das jetzt? Ich kann die Menge drücken und dann senden. Okay. Ich kann die Menge drücken. Und dann Geld senden. Nur 20? Jetzt mach ich so und so, Leute. Also, da treib ich jetzt plus und dann schicken. Weg. Wisst ihr? Hat das geklappt? Wirklich jetzt? Wir werden alle reich! Leute, ich hab meinen Text vergessen. Ich hab einfach gerade improvisiert mit Wir werden alle reich. Das steht hier gar nicht. Hier steht. Was? Wirklich jetzt? Ja. Egal. Ich fand, das war ne gute Improvisation. Das lassen wir jetzt so. Jetzt kommt der letzte Part. Und da sag ich halt, okay, ich kann also Geld hinken. Dann bekommt jeder 10 Euro, der das Pluswerk macht. Ich hab die ganze Zeit nicht aufgenommen. Nein! Leute, ich nehme das jetzt nochmal auf und dann melde ich mich nochmal bei euch. Ey, ich heule doch! Jetzt wisst ihr, wie ich ein Video vorbereite und das aufnehme. Jetzt muss ich es noch schneiden, aber das nehme ich, glaube ich, nicht mit auf. Aber das ist einfach nur unnötig. Ich glaub nicht, dass ihr einfach sehen wollt, wie ich eine Stunde da ransitze und bearbeite. Deswegen, melde ich das Video jetzt schon. Nein, tust du nicht. Ähm, Leute, ich poste jetzt das Video, was ich im Video gemacht habe, direkt nach dem Video. Also das Video kommt jetzt um 14 Uhr online. Und um 14 Uhr poste ich auch direkt das POV, was ich im Video aufgenommen habe. Aber deswegen, wenn ihr jetzt das Video abgecheckt habt, dann schaut euch mein POV an. Ähm, und danke fürs Zusehen. Teilt das Video gerne, macht das Pluswerk, abonniert die Glocke. Nee, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Naja, egal. Ciao. Ciao.